ich möchte euch den fortschritt zeigen ich hatte ja angefangen mit der andeutung der schuss hat die nähte auf einige fräst mit meinem fräser und habe jetzt schon ein ganz teil meine katze angefangen aber ihr seht hier oben da ist erst nur der untergrund drauf und das dauert eben noch eine ganze weile aber der anfang ist getan alles noch ganz grob wollte ich euch nur zeigen wie weit ich jetzt damit bin da fehlt überall noch die ohren sind auch noch nicht genau genug okay bis zum nächsten video